Was braucht es angesichts dieser Biosphärenkrise? Eine grundlegende Transformation, da sind wir uns einig, des Gesellschaftsmodells, nicht nur der Wirtschaft, der Kultur, die zu dieser Krise führt. Das heißt, es geht letztlich um eine Selbstveränderung einer Zivilisation, die herrscht. Und das ist ein historisches Projekt, dass das solches nicht einfach planbar ist auf dem Schreibtisch, sondern eine Zivilisation, die sich selbst zerstört, zu verwandeln. Dazu können wir höchstens Voraussetzungen schaffen. Es ist nicht linear und planbar, so werden es gewohnt sind zu planen. Aber hilfreich ist ganz bestimmt der Blick auf die Ursachen, der Blick zurück, um zu begreifen, was sind die grundlegenden Weichenstellungen, die uns dahin geführt haben. Weil wenn wir das nicht bedenken, besteht Gefahr, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, nur unter neuen Namen. Und zweitens ist ein Blick zurück auch nötig, und dazu möchte ich kurz was sagen, um die Alternativen zu entwickeln. Und diese kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern sie sind vorbereitet durch die beseitigten und besiegt Wege, die es auch gab und auch gibt. Überspitzt gesagt, wir brauchen die Zukunft in der Vergangenheit. Also zu den Weichenstellungen der Zukunft, der Neuzeit, die diese Fehlentwicklung im Wesentlichen angebahnt haben, die sind wichtig zu begreifen, was das Kapital, der Kapitalismus angeht, und seine eingebaute Gier, systemische Gier. Da ist schon sehr viel gesagt worden. Das möchte ich nicht wiederholen. Aber es gibt noch mehr als das. Der Otheser hat einmal gesagt, es ist ein Verbrechen, die Erde zur Ware zu machen. Wie kommt es zu diesem Naturimperialismus? Auch ein Wort, was der Otheser gebracht hat. Und das ist in der DNA der Neuzeit westlichen Zivilisation eingebaut. Diese Naturbeherrschung, die äußere wie auch die innere Natur des Menschen. Mium Chum hat schon darauf hingewiesen. Denkartist, so ein Beispiel, wo man das zeigen kann, der gesagt hat, Miet, ein Possesseur der Natur, wie sind die Herren und die Besitzer der Natur. Ja, Herr über die Erde sein, und nicht Gast. Das ist das Problem. Und bei Dekart ist immer sehr deutlich, dass eben die Körper, die ganze Natur, als ein Objekt eines herrschenden Ego, eines Ego-Zum betrachtet wird. Und das ist, ja, in mehrfacher Hinsicht bedenkenswert, weil das Ego-Zum, das Dekart sagt, es ist anthropozentrisch, dieses Denken, dieses Verhalten, nicht biozentrisch. Und es ist anthropozentrisch. Und es ist anthropozentrisch. Und es ist possessiv eben Eigentümer der Natur. Es ist auch weiter dualistisch. Es ist eine Herrschaftsübung. Und das Ich, das das Andere beherrscht, verdimmlicht gleichzeitig das Andere. Nun gibt es angesichts, das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst natürlich, wie die Katastrophe sich auch im westlichen Weg angemahnt hat, nebst dem Kapitalismus. Nun gibt es eine These, die vor allem von Lateinamerika herkommt, dass der Siegeszug des modernen, okzidentalen Kapitalismus nicht aus sich selber zu begreifen ist, sondern im Zusammenhang steht mit den Eroberungen, den Conquistas. In Rente-Dussel hat das einmal so ausgedrückt bekommen, quisto, ergo, so. Nicht nur ich denke, also bin ich, sondern ich erobere, also bin ich. Das ist der Zugang, der uns in diese Katastrophe geführt hat. Und dazu gehört ein Aspekt, den ich noch erwähnen möchte. Das ist der Aspekt, dass es nicht nur daraus entstanden ist, ein Ökozid, sondern auch ein Ökozid des Wissens. Das hat Boa Ventura, also die Susa, Sandus, ein portemiesischer, so zoologischer ausgedrückt. Ausgedrückt. Das finde ich ganz wichtig zu sehen. Es geht hier auch um eine, ein Wissen, das sich etabliert hat, unter Beseitigung einem anderen Wissens, das ausgeschaltet wird. Susa sagt, es wird da überall eine Linie gezogen. Auf der einen Seite ist Glauben, das andere ist Aberglauben. Auf der einen Seite ist das richtige Wissen, auf der anderen Seite das ausgeschaltete, verbrannte Wissen, das Frauenwissen, das zur Menschenverbringung geführt hat. Auf der einen Seite der Linie ist, was man als Mensch betrachtet, ein Menschenbild, auf der anderen Seite, die nicht Menschen sind, möglicherweise nicht einmal eine Seele hat. Das hat man sowohl von den Frauen wie von den Indios gesagt und diskutiert. Wissenschaftlich, unwissenschaftlich nützlich im Sinne von Profitmaximierung und von diesem Nutzenkalkül, das zur Ökonomisierung aller Lebenswelten geführt hat. Und auch diese Spaltung auf der einen Seite der Linie ist legal inklusive Menschenrechte und auf der anderen Seite ist alles andere illegal. Aber was auf der legalen Seite ist, hat die Dominanz des privaten Eigentums gegründet. John Locke, für kürze gesagt, hat mit Behufung auf das Naturrecht, die Menschenrechte, des privaten Eigentums als Legitimation und der Eroberung Amerikas behauptet. Und heute erleben wir das weiter mit dem Stichwort Landbrief. Es sind nicht nur Trennlinien, sondern das Abgespaltene wird zum Verschwinden gebracht. Das finde ich faszinierend zu sehen, wie die Susa, dieser modernisische Soziologin, eine Soziologie des Abwesenden entwickelt. Also dessen, was noch da ist, aber unterdrückt, verschwindet. Subaltern. Aber, das heißt, es gibt auch eine Zukunft in dem, was als vergangen und überholt betrachtet wird, um zu entdecken. Und dazu müssen wir das, was jetzt herrschendes Wissen ist, dekolonisieren. Denn das Ganze ist ein Kolonisierungsvorgang. Es gab also andere Produktionsweisen. Die Unterstützung der Welt unter Erde bei hervorbringenden Gütern hat der Lande Boffers genannt. Doch der Kolonialismus und die Dampfwalze der modernen Produktionslogik haben derartige in anderen Formen der Produktion glatt gereizt. Nur noch ein letztes Wort zu den Alternativen, die eben zu finden sind. In diesem alternativ unterdrückten Wissen, diesem Subaltern, verschütteten Wissen, statt einfach nur vorwärts zu stürmen und mit den gleichen Denkhaltungen der linken Hirnhälfte weiter zu machen, denke ich, ist es wirklich entscheidend, dass wir diese Ökologie des Wissens und der Vielfalt des Wissens wiederentwickeln. Und dazu gehört die Erinnerung an Hirnhalt von Bingen oder an Amos Comenius oder an Palaciosus oder Giordano Pugno, bei denen man überall und das ist auch europäisches Denken, wo man das gegenseitige Angewiesensein von Mikrokosmos und Makrokosmos enthalten hat. Und wo die Natur nicht als feindes Land, wie Ernst Blocher mal gesagt hat, betrachtet wird, sondern als das andere Subjekt, ein mögliches Subjekt, Subjekt, natürlich nicht ein Subjekt wird, menschlich im Antlitz, aber eben ein anderes Subjekt, ein Gegenüber, zu dem man ein anderes Verhältnis suchen kann. Bloch hat ja auch etwas ganz Aktuelles gesagt, dass die Grundlinien einer Allianztechnik statt einer Herrschaftstechnik propagiert. Das heißt, die Verbindung des Entfremdungsverhältnisses im Verhältnis zur Natur bis hin zu dem Gedanken, den er immer sehr geschätzt hat, der von einem anderen Denker stammt, eine Resurrektion der Natur. Der Öko-Feminismus knüpft an diese Tradition an, aber auch diese Traditionen des Moin wie wir oder in Korea zum Beispiel oder in Ost-Asien in Sang-Seng. Das Ubuntu in Afrika sind alte Ansätze, von denen wir lernen können, dass dieser Herr im Haus Standpunkt des westlichen Machtwissens überwunden werden kann, weil es andere Verhältnisse gibt. Und diese Überwindung des Anthropozentrismus kann uns dahin führen, dass wir eben einen biozentrischen Gedanken in den Mittelpunkt stellen. mit der Fragestellung ist es denn der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung? Ist er nicht vielmehr die Krone der Erdschöpfung? Er möchte sie Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus